Moin, hier sind's meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von BrickForce. Das haben wir dann heute Rush gegen Spider-Sau und Piano. Ja. Betroffene Stille, weil die Gegner so gut sind. Oh, das. So, der eine kommt ja schon. Der ist schon da. Pass auf, die sind ja jetzt beide. Piano-Tel. Ja, Piano. Piano, glaube ich. Piano, nix. Pack ich dann. Spider-Sau, kein Prämie. Beide kein Prämie übrigens. Ja, ich... Beide rechts. Du kannst das auch, mein Freund. Ich glaub, die lassen sich jetzt hoch, ich weiß es aber nicht. Warte? Der glitschte. Ja, einer glitscht hinten, einer ist rechts. Ja. Geh mal aufs Tock. Der kommt jetzt. Boah. Wichtig jetzt? Ne, ne. Noch hab ich 30 Rüstung und... Beeil dich, aber ich glaube, die lassen sich jetzt wirklich hoch. Ja, der hat mich hier schon im Hardscope. Wo ist der? Rechts von der Tür. Alter. Unten, Leute. Da hat dem Piano einen Schuss gefehlt. Wo ist der genau? Vor der Tür und neben der Tür. Komm gleich auch. Die kommen ja nicht, Mann. Piano kommt durch. Weiter sauer hat einer Fee. Weiter sauer. Was? Nix. Komm! Das kann ich sein! Donner. Was? Warum hatte der denn so wenig? Ich habe... Beantwortet das? Meine Frage. Der ist nicht gestorben. Ich habe ihn nicht totgekriegt. Wie so eine Ameise. Wie so eine Katze. Neu ein Leben war da gerade, ey. Meine Fresse. What the fuck? What the fuck? Ich habe kein Prämie. Ich habe kein Potch ready. Ich habe... Piano kam einfach um die Ecke gelegt. Ich habe nix. Musst mir jetzt mal ganz kurz noch 5 Sekunden warten. Dann brauchen wir auch nur noch 100 Likes. Ja, ich habe heute noch Prämie, aber er hat keinen Potch ready. Der steht rechts. Das ist doch dein Spezialgekrieg. Ja, okay. Ich habe 16 AP. Ich werde schon sterben. Das ist so... Er macht es einfach so, bevor er kommt, bin ich tot. Nein, fuck. Weißt du, bevor ich ihn ziehe? Geh dahin, geh weg, geh weg, geh weg. Der hat keine Rüstung mehr, aber... Der hat jetzt nix mehr. Ich will lieber weg. Naja. Komm mit zu mir. Spider-Sau nix mehr. Ja, ich halte ja an der Lange, die Sache. Komm, du von hinten. Die gehen zu zweit auf dich. Was, ist da rechts? Oh, leu. Bad Awareness. Warte, ich komme. Mit der Rettung hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Der ist da. Zweiter Sau, Hälfte ungefähr. Boah, hat der mir hart gegeben, ey. Komm, wir gehen hier weg. Habtala, Pala. Hamela. Hamela, Hamela. Wann? Piano ungefähr drei, vier Hits weg. Oh mein Gott, hast du ihm alles gezogen. Ja, auf jeden. Auch nur fern, oder? Na, auf jeden. Also mit Full HD kann ich wirklich nur was aufhören. Nur er fehlen. Er hat kein Premium. Er hat kein Premium. Gib ihm diesen einen Läuber. Ich war down. Das ist so, ich schieße auf ihn, aber ich habe irgendwie das Gefühl, nur irgendwie jeder zweite Schuss oder so connected. Selbstmützung. Ja, der fühlt sich gerade cool, weil er uns gezogen hat. Weil der ein Dreierkader hat. Aber ohne Spaß, der kommt einfach bei mir um die Ecke gelegt und tot bin ich. Ja, ja. Hilf mir. Ja, ich bin doch schon da. Das war das auch nix. Nein. 6 HP. Wir haben doch auch nix. Der rennt weg. Ja, dann geht er weg. Leute! Geht 26 AP, aber noch. Er geht auch da hinten rum weg. Ja, ja. Ich muss nur da rein schaffen. Ja. Ja, der kommt aber ganz schön nachgerannt, ey. Ich muss ganz zurück zur Base. Ja. Bitte nicht! Oh, Leute. Bitte, ich will doch nicht sterben! Oh, Leute. Oh, Leute. Boah! Oh, Leute. Biaro, Hälfte! Oh, 1600 AP. So ist gerade keiner da, der kann nicht so schreien. Der ist auf dem Dach, scheiße. Oh, fuck. Ja, Biaro, weniger. Ja, wahrscheinlich. Beider so. Ja, Biaro, nix. der hat sich glaube ich selbst Prämie gezogen wir haben nur hinten in der Grube dann geh ich da lieber nicht hin ne doch nicht, der rennt gerade weg, der rennt weg der rennt nicht weg egal, ich hab ihn mit einer geilen KD von 264 Biest, Junge, Biest okay, er kommt schon wieder, pass auf du bist so ein Wix hey, ich hab dich nicht mal im Ansatz geblockt doch das war ja so noch alles gezogen boah, schade, ich hab den noch richtig gut gegeben mit Pistole Alter, ich hab, Piano kommt, hier ist er bei mir um die Ecke gelegt kannst du doch gucken, gelber Ping bei dem nein, ich bin tot was machst du, geh, geh boah, Junge Piano Hälfte bei dem connecten die Schüsse nicht richtig ja, der hat auch einen gelben Ping der steht links vom Eingang weil er soll noch nicht mal im Ansatz da ich schieße beide komm hin ja, bin doch schon da ist so typisch, weißt du bevor ich ihn auch noch im Ansatz sehe die kommen, glaub ich beide zu dir weiter, noch hab ich WTF, wie kann das denn sein ich schieße ihn im volles Mager in den Kopf bei dem connect vielleicht vier Schüsse oder so maaaann guck mal, jetzt haben wir noch einen roten Ping sehr gut alt, oh nee ja, ich werd sterben sehr gut oh man wie kann denn bei dem nur ein Schuss höchstens connecten ist doch der der ist da, der ist da 26 AP sehr gut so, muss dat ja, cool, das ist ein respektables unentschieden äh, verloren wir nicht ja vor allem er schreibt kein Schaden geil ich geb dir gleich keinen Schaden du Opfer na gut Leute das war's von mir wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder bis dann und rein tschau